Herzlich Willkommen zu einem weiteren Gedankenblitz auf meinem YouTube-Kanal der Herophant. Heute möchte ich mit euch über das Thema der Druck im Kessel steigt sprechen. Was meine ich damit der Druck im Kessel steigt? Nun in den letzten Tagen habe ich vermehrt mit Menschen aus meinem Umfeld gesprochen, die das Gefühl haben, dass immer mehr Druck auf sie ausgeübt wird und die Corolla burlesken Zwangsmaßnahmen mit immer mehr Nachdruck durchgedrückt werden sollen. Das ist nicht erst seit dem letzten Mittwoch so, wo eben Böses entschieden wurde in Spree-Stambul, sondern das geht schon einige Zeit länger. Und da meine Gedankenblitze ja auch eine Art digitales Tagebuch sind, in Bezug auf die Energien und auf die Zeitqualität, die sich zeigt, wollte ich jetzt auch das festhalten. Das sind dann zum Beispiel die Mütter, die sich vehement gegen die Testung und gegebenenfalls Zwangsimpfung der Kinder in der Schule stellen. Das ist für diese Mütter ein großes, großes Problem. Und diese Mütter stellen sich ja wie tapfere Löwinnen vor ihre Kinder und wollen für ihre Kinder das Beste, sie verteidigen. Und das ist auch uneingeschränkt gut so. Wenn die Kinder nicht mehr die Eltern haben, die sie schützen, wer schützt sie denn dann? Aber es wird auch immer schwieriger für die Eltern, sich vor die Kinder zu stellen und sie zu schützen. Das System ist sich auch nicht zu schade dafür und schämt sich für nichts, auch das Jugendamt auf den Plan zu rufen, wenn es eben darum geht, Maßnahmen durchzusetzen und gegebenenfalls sogar Kinder ihren Eltern wegzunehmen. Dann haben mir ganz viele Leute in meinem Umfeld erzählt, dass sie starke körperliche Symptome haben. Ich selber kann das bestätigen. Bei mir ist es zum Beispiel mein Ellbogen, der ohne ersichtliche Ursache einfach schmerzt. Und viele in meinem Umfeld klagen über Zahnschmerzen, unerklärliche Kopfschmerzen, unerklärlichen Schwindel. Wer unerklärliche Probleme im Magen-Darm tragt, das kommt offensichtlich am häufigsten vor. Und alle verspüren einfach einen Druck. Und wer ein wenig versteht, wie der Körper funktioniert, der erkennt auch, dass der Körper versucht, diesen Druck, der momentan auf uns allen lastet, ein wenig zu verarbeiten. Dann gibt es die Leute, die besonders, wenn sie in großen Firmen sind, in Banken sind, also im Überbegriff Konzernsekten, die eben auch pyramidal geführt werden, wie alle Sekten, wie das Militär, wie die Politik. Sie werden auch durch diese Maßnahmen massiv bedrängt, bedrängt, dass viele von ihnen auch nicht mehr wirklich wissen, wie es weitergehen kann. Und das alles beschäftigt sie sehr und das alles nimmt sie sehr mit und das alles zehrt auch an ihren Nerven und an ihren Kräften. Und letztes Wochenende bei wunderschönem Wetter haben wir mit einigen Freunden und Bekannten eine Wanderung gemacht mit Pferden. Und interessant war, dass die, die an dieser Wanderung beteiligt waren und auch Katzen haben, und diese Beobachtung haben wir auch bei unserer Katze gemacht, übereinstimmend sagten, dass die Katzen sehr, sehr ängstlich sind, sehr, sehr eingeschüchtert, sehr, sehr vorsichtig, extrem wachsam. Also es ist etwas in der Luft, es ist eine Zeitqualität, die uns allen Druck macht. Der Druck im Kessel wächst. Und das ist ja auch die Aussage von Leuten, die sich astrologisch mit der Zeitqualität beschäftigen. Die Konstellation ist so, dass der Druck wächst und wächst. Und dieses Video möchte ich gerne machen, um Strategien, die ich benutze, um diesem Druck standzuhalten oder um diesem Druck auszuweichen, auch an euch gerne weitergeben möchte. Einsteigen möchte ich mit einem interessanten Satz, einer interessanten Überlegung von einem Mann namens Rainer Haag, von dem ich allerdings nicht weiß, ob er ein Schriftsteller ist, ein Journalist oder ein Psychologe oder was auch immer. Er sagte folgendes, Wer sich nachts zu lange mit den Problemen von morgen beschäftigt, ist am nächsten Tag zu müde, sie zu lösen. Also wir haben es hier eigentlich mit zwei Problemen zu tun. Erstens mit dem, was uns von außen bedrängt. Mit dem Überlebenskampf, mit dem Existenzkampf, mit dem Wunsch, unsere Familie, unsere Kinder, unsere eigene Gesundheit zu schützen. Und wir haben es mit unserem Kopfkino zu tun, mit unseren Ängsten, mit unserer mangelnden Bindung an das Jetzt. Das System möchte ja immer, dass wir entweder im Gestern leben oder im Morgen, niemals im Heute. Das System möchte nicht, dass wir mit beiden Beinen im Jetzt stehen, sondern es will uns sozusagen immer in die Fluchtenergie versetzen, sodass wir der Meinung sind, wir müssen etwas tun, um morgen vorbereitet zu sein. Und das ist halt ein Riesenproblem, dass wir vor lauter Beschäftigung mit dem, was das Morgen bringt, nicht in der Lage sind, bei uns zu bleiben, im Gleichgewicht zu bleiben, in der Ruhe zu bleiben und nachzudenken, bevor wir dann eben panikartig handeln. Und wir leben in nachchristlichen Zeiten und vielleicht wird jetzt der eine oder andere meiner Zuschauer die Augen rollen, wenn ich jetzt mit einem Zitat von Jesus Christus komme. Aber ich kann euch sagen, ich habe dieses Zitat in meinem Leben auch schon mehrfach angewandt, umgesetzt und ich bin damit auch in Krisensituationen immer gut gefahren. Das Zitat lautet folgendermaßen. In der Bergpredigt sagte Jesus Christus folgendes, was wir gemäß dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, in den Versen 25 bis 34 lesen können. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Spanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen. Macht euch also keine Sorgen und fragt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn nach all dem streben die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr alles braucht. Sucht aber zuerst sein Reich und seine Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug an seiner eigenen Plage. Also in diesen Worten sind eine Fülle von guten Ratschlägen zu finden. Und bevor ich jetzt so auf die Einzelheiten eingehe, möchte ich gerne sagen, dass unsere Angst vor dem, was kommen kann, häufiger viel größer und viel schlimmer ist, als das, was dann wirklich kommt. Als letzte Woche das Böse in Spre-Stambul geschah, da hieß es dann zum Beispiel auch, dass Lehrer und Schüler gewisse Maßnahmen durchzuführen hätten, um den Unterricht aufrecht zu halten. Und ein wenig betrifft mich das auch. Ich bin Freiberufler, Honorarkraft und ich war auf jeden Fall entschlossen, weder die Testerei noch die IMPF mitzumachen. Und wenn es darauf angekommen wäre, hatte ich mir überlegt, dann gebe ich meine Arbeit auf und dann wird schon irgendwie etwas geschehen. Ich war also ein wenig im Ungleichgewicht und ein wenig in Sorge und ein wenig ungehalten. Und es kam, wie es immer kommt. Man macht sich große Sorgen, aber die ganze Aktion wurde abgeblasen insofern, als dass kein Präsenzunterricht mehr stattfindet. Also vor dem, vor dem ich Angst hatte, ist gar kein Problem mehr, weil es nicht zum Tragen kommt. So wird also wahrscheinlich vieles von dem, warum wir uns Sorgen machen, gar nicht so kommen. Also einer der Hauptsätze in der Bergpredigt hier von Jesus Christus ist, dass wir uns nicht um den morgigen Tag sorgen sollen. Wir sollen einfach auf das Heute schauen, sehen, was kommt heute an Problemen auf mich zu, überlegen, wie kann ich das, was heute an Problemen auf mich zukommt, lösen und es dann dabei bewenden zu lassen. Der morgige Tag hat seine eigene Last und morgen müssen wir wieder überlegen, wie wir vorgehen. Das hat mir auch, wie gesagt, in einigen Situationen in meinem Leben geholfen. An einem bestimmten Tag habe ich eben alles das erledigt, was an diesem Tag zu erledigen war, um eine bestimmte Situation zu entschärfen oder ein Problem abzuwenden und dann habe ich es dabei beruhen lassen und habe dann, als der nächste Tag kam, mir diesen Tag angesehen und habe dann entsprechend der Lage des nächsten Tages reagiert und agiert, um eben das Problem abzuwenden zu minimieren oder zu lösen. Und das ist eigentlich der Ratschlag, den ich euch auch auf den Weg geben möchte. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch ein Gottvertrauen haben, wie viele Leute von euch an die himmlischen Kräfte angebunden sind, wie viele Leute von euch beten, aber ich habe festgestellt, dass es funktioniert. Und wenn Jesus hier sagt, hört auf, euch Sorgen zu machen, schaut auf die Vögel des Himmels, für die wird gesorgt, schaut auf das Gras auf dem Feld, wie wunderschön es blüht, obwohl es am nächsten Tag verdorren kann. Und wir haben eine Katze, ich hatte es ja bereits erwähnt, und ich habe mir gedacht, als ich sie so beobachten konnte über die Jahre, für sie wird immer gesorgt. Sie macht sich keine Sorgen um morgen. Wenn sie heute zu fressen kriegt, liegt sie wohlig in der Sonne und leckt sich das Fell und denkt nicht darüber nach, ob sie denn auch morgen etwas bekommt. Und wenn sie dann am nächsten Tag Hunger hat, dann meldet sie sich. Und wenn sie von uns nichts bekommen würde, dann würde sie wahrscheinlich auf die Jagd gehen. Aber sie macht sich, wie gesagt, keine Sorgen um das, was am morgigen Tag sein kann. Und so ist dieser Rat von Jesus Christus auch anzuwenden. Wir sollten uns über nichts übermäßig Sorgen machen, wenn wir eben ein Vertrauen zu Gott haben. Wenn uns das fehlt, vielleicht ein kleiner Hinweis von meiner Seite, dass wir uns wieder einfach den himmlischen Mächten annähern und um Harmonie mit dem Göttlichen eben ringen und dann können wir auch in dieses Vertrauen kommen. Und der Rat Jesu ist, dass wir eben, wenn ein Tag kommt und Herausforderungen bietet, uns diesen Herausforderungen stellen und dann es bewinden lassen dabei, ohne uns verrückt zu machen, was denn dann der morgige Tag bringen kann. Und einen weiteren Tipp möchte ich euch noch geben, was ich auch beobachtet habe im Umfeld. Zum Beispiel in dem Wunsch, die Kinder zu schützen, greift man dann auf irgendwelche Formulare zurück, die man im Netz findet oder die einem von einer Freundin oder wie auch immer zugesandt werden. und man hat eigentlich nicht wirklich genaue Ahnung von den rechtlichen Zusammenhängen. Man hat jetzt hier ein Formular erhalten und denkt, dass man jetzt gut ausgerüstet ist, um sein Recht zu verteidigen und seinen Standpunkt durchzusetzen. Das Problem dabei ist nur, wenn man sich aufs Spielfeld des Systems begibt und das System herausfordert, weil man behauptet, ich kenne die Regeln besser als ihr vom System, dann kann man damit rechnen, dass das System aus vollen Rohren zurückschießt. Und die wenigsten von uns haben die juristische Brillanz, es gibt Leute, die das können, es gibt Leute, die das jahrelang studiert haben und die sich auskennen, aber die wenigsten von uns wissen das und wir haben nicht die Brillanz, die wir benötigen, um uns durchzusetzen. Viel klüger und viel cleverer wäre es da, ein klein wenig auszuweichen, so wie das Wasser zu sein oder wie der Strom einfach Hindernisse zu umfließen. Gestern habe ich auf Facebook eine nette kleine Grafik gesehen, die ich euch auch gerne zeigen möchte, die so ein bisschen in diese Richtung weist. Folgendes war zu lesen. Es stand über einem Bild, auf dem man sieht, wie Pferde sich unter zwei Stühle stellen und unter einen großen Tisch stellen, um sich vor der Mittagssonne wohl wirklich zu schützen. Dem Bauern dieser Weide wurde von der Behörde untersagt, ein Schutzdach für seine Pferde zu bauen. Zum Glück ist es nicht verboten, einen Tisch mit zwei Stühlen auf seine Weide zu stellen. Ja und wahrscheinlich ist das der beste Weg, sich dem zu entziehen und sich nicht sozusagen in offener Feldschlag zu wehren, weil die allerwenigsten von uns verstehen etwas davon und sie würden unzweifelhaft und vielen ist es ja leider schon so passiert unter die Räder kommen, weil das System dann gerne auch einmal ein Exempel statuiert. Viel besser ist es clever zu sein und viel besser ist es auszuweichen. Ja und wir sollten an dem Tag, an dem sich uns Probleme präsentieren, überlegen, wie wir uns ihnen stellen können und besser ist es clever zu sein, kreativ zu sein, gute Ideen zu haben, als auf Konfrontation zu gehen. Und an den Abschluss meiner Besprechung möchte ich noch ein Zitat von Alexander Solzhenitsyn stellen. Wir erinnern uns Archipel Gulag, sein Roman, da ging es eben um Umerziehungslager in der ehemaligen Sowjetunion. Der Mann war also wirklich massivst dem Druck von Seiten des Systems ausgesetzt, aber offensichtlich hat er einen Weg gefunden zu überleben und sein Rat an uns heute ist folgender. Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden. Also abschließend kann man folgendes sagen. Es ist nicht gut, dass man sich übermäßige Sorgen um die nähere Zukunft oder um die fernere Zukunft macht. Der Rat von Jesus Christus ist, im Tag selbst verwurzelt zu bleiben. Das, was an diesem Tag geschieht, zu bearbeiten, Probleme, die an diesem Tag geschehen, zu lösen und dann einfach zu warten, was dann der nächste Tag bringt. Zukunftsangst, auch in Bezug auf das, was wir essen oder trinken sollen, nimmt uns nur unseren Herzensfrieden und wirft uns aus unserem Gleichgewicht und macht uns von daher für das System auch viel verletzlicher und viel angreifbarer. also es ist durchaus berechtigt, das feste Vertrauen gegenüber dem Universum und gegenüber dem Leben zu haben, das für uns gesorgt wird. Und das, was ich erlebt habe, was also meine Empfehlung ist, ist, dass wir anstatt, dass wir es auf Konfrontation ankommen lassen, lieber versuchen, der Sache aus dem Weg zu gehen. Den Kindern wird also Druck in der Schule gemacht, auf den unterschiedlichsten Gebieten, nun dann sind die Kinder halt krank und wenn dann die Krankschreibungsfrist verstrichen ist, dann haben die Kinder halt nervliche Probleme, leiden unter Mobbing, kommen mit dem Stress nicht zurecht, seid da erfinderisch. Und wie Solzhenitsin es sagte, die Lösung ist immer einfach. Wenn wir nicht in die Panik gehen, sondern in der Ruhe bleiben, dann finden wir auch praktikable Lösungen. Lasst euch vom System keine Angst machen. Sie können nur drohen. Der Sinn des Lebens ist das Leben, das Leben im Jetzt, nicht im Gestern und nicht im Morgen, im Jetzt. Und lasst uns daher jetzt etwas aus unserem Leben machen und lasst uns jetzt den Problemen begegnen, die sich uns präsentieren. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zusehen und wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, euch auch bei einem weiteren Video auf meinem YouTube Kanal der Hierophant begrüßen zu dürfen. Lasst es euch